Geheimes TTIP – Ausbeutung und Plünderung Europas Die Pressestelle von Greenpeace Niederlande veröffentlichte am 2. Mai 2016 die bisher geheimen Unterlagen zum Freihandelsabkommen TTIP. Demnach sei das Ziel, alles aus dem Weg zu räumen, was den Handel mit Waren und Dienstleistungen zwischen den Wirtschaftsräumen EU und USA bisher noch erschwert. Laut diesen geheimen Unterlagen untergräbt das Abkommen jedoch wertvolle europäische Standards des Verbraucher- und Umweltschutzes. Auch baut es Rechte und Gesetze ab, die über Jahrzehnte erkämpft wurden. Befürworter sagen, TTIP stehe für mehr Wirtschaftswachstum und Wohlstand. Doch Fachleute prognostizieren die Anhebung der Schadstoffgrenzen in Kleidung, Kosmetika und Spielzeug sowie mangelhafte Kennzeichnung gentechnisch veränderter Lebensmittel. TTIP bringe zudem private Schiedsgerichte vorbei an rechtsstaatlichen Institutionen und Öffentlichkeit, Schwächung des persönlichen Datenschutzes sowie Abbau kleinbäuerlicher Strukturen und zahlreicher Arbeitsplätze und anderem mehr. TTIP sei folglich ein trojanisches Pferd, das dramatische Auswirkungen auf die Souveränität europäischer Staaten habe und bei Inkrafttreten großen Schaden an Umwelt und Bürgern anrichten werde. Kein Wunder, dass die Dokumente bisher streng geheim gehalten wurden und es selbst Bundestagsabgeordneten bei Strafe verboten war, sich über deren Inhalt auch nur annähernd zu äußern. Verehrte Zuschauer, wenn Sie gerne noch mehr zum transatlantischen Freihandelsabkommen wissen möchten, schauen Sie sich unseren Themenblog zu TTIP an. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Abend.